Unabhängigen Schätzungen kosten im iPhone 5 Display und Touchscreen 34 Euro, die Kamera 14 Euro, der Prozessor ist 13,50 Euro wert, der 16 Gigabyte Speicherchip 8 Euro und der Akku 3,50 Euro. Nur ein paar Beispiele. Materialkosten insgesamt 152 Euro. Bei einem Preis von 679 Euro, wenn gleich inklusive Mehrwertsteuer.